Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und heute spiele ich ein Spiel, das nennt sich Refuge. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es einfach auf gut Glück runtergeladen, als ich es irgendwo im Internet gesehen habe. Und ich schaue es mir einfach mal an. Warum nicht? I'm all alone. Hm, that's nice. Where am I? Das ist eine gute Frage. Point. Das ist ein Punkt. Ich kann mich bewegen auf dem Punkt zu. Aber naja, das bringt mir nicht so viel. Okay, lass uns mal hier. Hier next gehen. Why is it so dark? Und warum steht überall Schrift in der Luft? Das macht überhaupt keinen Sinn. My eyes aren't adjusting. I must be dreaming. Ja, das würde die Schrift in der Luft erklären. My office block is dark. And feels different somehow. I don't know where everyone has gone, but... Oh my god. What the fuck? Kann ich die Taschenlampe ausmachen? Es ist so hell. Okay. Wie hättet ihr das Geräusch lassen? Ich bin nicht so der Fan von solchen Geräuschen. Okay, mein PC. Da ist mein Arbeitsplatz. Alles klar. Sieht ganz gut aus soweit. Es ist so hell. Und es ist eins von diesen Spielen, wo die Maus aus dem Bildschirm rausgeht, wenn ich nicht aufpasse. Also, aufpassen. Moment, kriege ich das irgendwie hin? Oh, ich kann springen. Bringen. Hey! Nicht über mich lachen. Ich finde noch raus, wie das Spiel funktioniert. Kann ich, wenn ich auf Escape drücke bin, nicht wahrscheinlich das Spiel... Ja. Ja. Okay. Ich bewege einfach die Maus nicht zu viel, dann darf das schon. Hey. Hey, Boxes. What about you, Boxes? And what about this parrot there? Ich kann springen, nicht vergessen. Springen ist ein großer Vorteil. Kann ich schneller rennen? Nein, ich kann nicht rennen. Wie ungewohnt. Dafür kann ich springen. Also bitte. Ich springe auf dieses Rohr und laufe auf dem Rohr. Was soll mir jetzt noch passieren? Hey, nicht lachen. Ich habe mich hier nur ein bisschen erschrocken. What the fuck ist mit dem Licht hier los? Ich brauche einen Elektriker. Und so sofort. Hierher. Oh, don't do this to me. Und... Diese Maus. Die ist gleich wieder aus dem Bildschirm. Oh, shit. Könntest du aufhören damit mich so zerstrecken, lieber kleiner Mannequin? Oh, kein Ton mehr. Nur das war ja immer was. Kinder. Kinder. Zumindest hat der Ton aufgehört. Where are we? What the fuck? Ach, es war nur der Ton. Kinder. Der Ton ist wieder losgegangen. Ja, schön. Ah. Geh mir aus dem Wegstuhl. Das kann ich wirklich nicht gebrauchen hier. Ich schaue einfach hier oben drüber. Okay. Nichts passiert. What the fuck? What are you telling me here? Ich kann es nicht lesen von hier oben. You must not install your software on these PCs. Alles klar. Muss ich nicht. Dann mach ich das doch auch nicht. Kinder. Lasst mich in Ruhe. Hey. Du standst da noch vor und noch nicht, ne? Könntest du aufhören mich zu verfolgen? Lass das. Geh da hin. Don't do this. Und lass das mit dem Licht. Wann muss ich? Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Da ist eine Tür. Wir nehmen die Tür. Hey. Wir sind im Wald. Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Nein. Das Spiel. Es hakt jetzt so sehr, dass es kaum noch voran geht. Der Wald ist offensichtlich zu aufwendig für das flimmernde Licht. Okay. Wir gehen einfach hier lang. Hören wir geradeaus. Okay. Wir können nicht mehr geradeaus. I can't go there. Dann gehe ich eben so lang. Irgendwo wird es hier schon rausgehen. Na bitte. Das sieht doch gut aus. Hey. Perfekt. Hä? Geht es hier nicht mehr weiter? Wo ist das? Was ist das da? Hey. Hört doch bitte auf. Hey. Du. Ich habe gesagt, du sollst mich nicht verfolgen. Okay. Vielleicht standst du auch die ganze Zeit. Ich habe mich noch nicht hier in der Hand. Ich arbeite in sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ich erschrecke mich immer so leicht. Geh da rein. Danke. Okay. Das ist ein Beamerraum. Mit Kaffeeflecken an der Wand. Warum projiziert dieser Beamer Kaffeeflecken an die Wand? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß. Jetzt ist es deine Mannequin. Da. Da bist du. Ha ha ha. Du kannst dich einfach nicht dafür entscheiden, mich in Ruhe zu lassen, oder? Kannst du nicht, hä? So. Jetzt reite ich dich auf dir. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht auf dir reiten. Okay, okay. Ich lasse dich. Das war ein Heulentrip. Merkt ihr, Nils? Mannequins sind nicht zum Reiten da. Da hätte ich mir auch denken können. Oh, dieser Sound. Ähm, muss ich mich hier ducken? Kann ich mich überhaupt ducken? Crouch? See? Any? Okay, geht nicht. Okay, okay, okay. I'm fine. Nothing special here. Just a few mannequins following me. Wobei, ich glaube, es ist vielleicht auch nur eine. Bin mir da noch nicht ganz sicher, wie viele es jetzt letztendlich sind. Okay. Diesmal ist der Ton nicht mit deinem Knall losgegangen. Das ist ein Fortschritt. Du stehst ja lustig da. Geh mal woanders hin. Oh Gott. Ich weiß eigentlich nicht genau, was mein Ziel ist. Muss ich hier raus? Sag du es mir. Hey, du drehst dich mit mir mit. Das ist ja höflich oder so ähnlich. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber ich glaube, zu diesem Rohr soll ich nicht, denn da komme ich her. Ach, diese Taschenlampe. Oh. Hey, ich hab die Taschenlampe repariert. Press F. The flashlight flickens. Press F to reset it. Follow the trees, find the light. Alles klar. Mit F kann ich die Taschenlampe reparieren. Alles klar, das ist doch schon mal vorteilhaft. Follow the trees, find the light. Where are the trees? Where are the trees? My friends. I need some trees. Hier sind überhaupt keine trees. Follow the trees. Dann muss ich doch wieder rausgehen, oder? Wo ist mein Freund der Mannequin? Warum verfolgt er mich nicht mehr? Hey, da bist du ja. Äh, ich wollte aber woanders längst. Da, da. Ja, ich hab die flashlight. No problem hier. Too easy. Open that door und ich will go. So, where are the trees? There are trees. And there are some trees. Where's the light? I want to find the light now. Okay, okay. Äh, ist gar nicht so schwer. Da ist noch ein Baum. Und, äh, dort hinten sind Bäume. Und, äh, meine Güte, dieser Ton ist ja wohl absolute motherfucking. Äh, I'll fix the flashlight here, reset it, and I will follow the trees. It's an easy pass, right? We'll follow the trees all along the way. No problem. There's another tree. There's the next one. There are some trees. Here are some trees too. I will go over there to these trees. They look nice. Okay, ist doch gar nicht so schwer. Ich muss nur zum Licht kommen. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt daran so unheimlich sein soll. I will fix the flashlight. Nothing happens. Okay, okay. Ich glaube, ich hab's gleich. Ah, diese Töne sind echt mörderisch. Okay, okay. I don't get it. There's no way. Maybe this way, is it? I'll jump a little bit. And now I'm at the end of the world. Ladies and gentlemen, ich habe das Ende der Welt gefunden. The end is night. Okay. Let's go over this hill and hope we'll find another shitty thing. Da hinten sieht's aus, als wäre so ein Arturon. Das ist doch gut, da will ich hin. I will jump over that mountains here. And there is some kind of castle over there. Maybe it's the light I have to find. Es hat nicht viel mit Licht zu tun, aber hey. Warum nicht? Das einzige, was hier gerade auffällig ist. Ah, shit. Don't do that to me. Es macht mir Gänsehaut. Ah. Come on. Flashlight. Don't leave me now. Don't leave me now. Ah, come on. Yes, yes. You can do it. Don't fall over the end of the world now. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Where am I? Hey, there's the exit. There's a street or something like this. What the fuck? Refuge part one. Äh. What? Ich, äh. Ich glaube, ich habe nicht den Weg genommen, den ich hätte nehmen sollen. Aber, hey. Warum nicht? Bin ein bisschen verwirrt. Egal. Ich habe es geschafft, offensichtlich. Wenn es euch gefallen hat, dann, äh, fokussiert das Video. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr immer mehr zu sehen. Falls ihr mir was zu sagen habt, äh, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch. Alle. Bis zum nächsten Mal. Und nun? I can't do anything else. Oh, ich kann laufen. Komm ich auch raus? Nein. Scheinbar nicht. Hey. Okay, ich habe es bis zu diesem Punkt noch einmal gespielt und habe mich dann dafür entschieden, ähm, jetzt nochmal die Straße suchen zu gehen. Ich weiß nicht genau, ob es eine Möglichkeit gibt, eine andere als die, die ich genommen habe. Aber ich hoffe es einfach mal. Die Berge waren offensichtlich ein sehr sicherer Weg. Ich hoffe, äh, der Weg, den ich jetzt nehme, wird eben so. Don't follow me around here. All of you. Meine Güte. Sind die Dinger aufdringlich? Okay, und da sind wir auch schon wieder bei den Bergen. Bleibt doch mal an, liebe Taschenlampe. Ah, hier. Vielleicht hier noch. Ja, das könnte funktionieren. Und hier sind wieder Bäume. Okay, okay. Äh. Don't you dare tree. Standing there in the air. Hey. Du. Was super. Ha. Ah. Das ja. Okay, okay, okay. Ich dachte, ich hätte gelernt aus dem letzten Mal, aber offensichtlich nicht. Maybe I could go over here. Ich weiß, das ist genau dasselbe, was ich beim letzten Mal auch gemacht habe. Aber diesmal springe ich in den Wald. Und, ähm, hänge jetzt absolut fest, würde ich mal behaupten. Und dann eben wieder zurück. Da hat mir ja keiner verbieten, wieder zurückzugehen, oder? Ups, das war das Ende der Welt. Ähm, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Äh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief ist. Wie tief falle ich denn? Oh Gott, bin ich tief gesunken. Äh. 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 Vielen Dank.